hallo und herzlich willkommen zu der nächsten runde world of warplans ja ich wollte ja die torte hier weiterspielen da die torte dann gehen wir ganz schnell ins gefecht rein auf die hoffnung dass wir ganz schnell ein match finden uslange ist nicht ein einziger hier so dann fliegen wir mal mit unseren kamkatsche flieger ich bin gerade aufgestanden ich drehe jetzt sofort so was ich jetzt als ich das machen werde ist ich gehe nach hinten bevor ich wieder abgeschossen werde ich lieber nach hinten und nach oben 2000 meter oder zwei kilometer jetzt war es jetzt schon so dann fliegen wir meinen leute mal so einfach hinterher und da hinten sind die drei das sind hier auch jäger ne bombe habe ich auch nicht also das mutter kühle ich schnell ab also gibt es bei mir nur maschine gewehr da ist einer und da sind es da ist noch einer ohne schau mal so schau mal so und schossen und über jetzt da ist er euer nach Meno da haben sie mich erwischt kann man doch nicht mal zum Schuss dies machen Mensch zum Anger dann nehmen wir jetzt den nächsten ach die haben wir jetzt gespielt gestern die torte gespielt das habe ich keinen Bock mehr auf eine torte jetzt will ich was anderes machen ich spiele den Bomber ne den schweren oder auch den Bomber oder nehmen wir den nehmen wir den das sind eigentlich immer die Flugzeugen die ganz tief am Boden lang fliegen und dann die Bomber oh zwei Schlachtflugzeuge schlachtflugzeuge ich denke mal jetzt die Runde wird gut weil ich kein Jäger spiele ach ich sehe grad die heißen gar nicht Bomber der ist mehrzweck Jäger Jäger mehrzweck Jäger schwerer Jäger Schlachtflugzeuge ja dann so so und da geht es auch schon wieder los da bin ich aber noch ein da haben wir so ein und da haben wir noch ein das ist ein anderer auch gut ich habe eine schlechte Rüstung wie der und wie der da warum 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 jetzt muss man schauen wo wir lang gehen wir sind da also fliegen wir hier oben lang muss ich mal sagen Bomben alles kaputt und da ist schon das erste so sieht es aus wenn ich schieße Schub auf 0 ich habe meinen Bomben nicht geladen was mache ich denn jetzt was mache ich denn jetzt stimmt ich habe mir ja gestern nur gekauft aber ich habe da nicht weit ausgerüstet so ein Mist da ist noch ein Flak so ein Mist so ein Mist so ein Mist aber ich habe mich Nein! Dreh dich doch nicht! Und 200 und hoch! Da ruft jemand S.O.S. Achtet nur noch! Das sind super alle kaputt außer die Schlachtflugzeuge! Nein! Ja, ja, ja! Kann ich das auch da vergessen? Dann flieg ich zurück! Komm! Dann gehen wir mal hier rein! Ah, da unten habe ich bestimmt nicht gepasst! So! Ich bin der letzte Flieger! Und... Los, komm her! Los, komm her! Wir verlieren! Wir verlieren! Ach, Menno! Menno! Kann doch nicht wahr sein! Ich bin nur am verlieren hier! Naja, egal was soll's! Ist ja nur ein Spiel! Und jetzt muss ich mal gleich nachschauen! Und den ausrüsten! Komm, wir fangen mal mit denen jetzt hier an! Ausrüsten! Äh, Wartung! Verbesserungen! Der hat jetzt... Einbauen! Bombe! Das, das, das! Da sind sie jetzt! Schick! Der nächste! Verbesserung! Das! Erforschen! Kaufen! Einbauen! Okay! Und das! So! Warum ist überall die Verbesserungen weggegangen? Weil ich so lange nicht mehr gespielt habe? Hm! Vor allem die so viel geändert, dass das immer wieder... Immer wieder neu gemacht wurde! Guck mal, da ist noch ein besseres Maschinengewehr! Na, jetzt hat er auch seine Bomben wieder! Ha! Na, guck mal, ein neuer Motor hat jetzt der hier sogar! Und die Pleite? Na, ich hab doch noch Geld! Ach, ich muss erst das einbauen! Ja! Ja, dann... Ja, dann machen wir's! Und, jetzt haben wir noch mal hier... So einen kleinen Ami! Da 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 da! Der hat schon alles! Unser kleinen Japaner! Das ist der große Engeländer! So, das war's! Okay! Beim nächsten Mal bin ich bewaffnet! Gewaffnet! Und... Ich hoffe, euch hat hier rumgefallen! Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal wieder dabei seid! Bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen! Tschüss, Tschüss! Tschüss!